Wir lassen Künstliche Intelligenz einen Songtext über Christian Lindner schreiben. Lindner, der Mann mit Plan, bringt die Freiheit in Deutschland voran. Wie wir mit den Chancen und Gefahren von Künstlicher Intelligenz umgehen wollen, jetzt bei... Free Facts von der Fraktion der Freien Demokraten Habt ihr schon mal eure Hausaufgaben oder eure Uni-Arbeiten von einer KI schreiben lassen? Schande über euch! Das befürworten wir natürlich nicht. KIs direkt zu verbieten, ist aber auch keine Lösung. Ganz im Gegenteil. KI-Technologien haben verdammt viel Potenzial. Wir wollen deshalb... Erstens. KI-Startups stärken. Denn immer mehr deutsche Startups setzen auf KI und stellen ihr Know-how auch etablierten Unternehmen zur Verfügung. Zweitens. Rechtliche Sicherheiten schaffen. Und zwar EU-weit. Verlässliche Standards und Zertifizierungen sind wesentlich sinnvoller als Verbote. Darum kümmert sich unser Digitalminister Volker Wissing bereits. Drittens. KI-Technologie offen, innovationsfreundlich und grundrechtekonform gestalten. Cool oder gruselig? Was sagt ihr?